Da stehen endlich die Eltern auf und sagen, stopp, bis hierher und keinen Millimeter mehr weiter, weil ein Kind in der Schule anstatt in einen Aufsatz Hampelmann schreibt, anstatt Hampelmensch. In einer solchen Zeit leben wir, ob uns auf der anderen Seite ein drohender Krieg ist. Was ist mit unserer Politik lohnt? Für mich sind es nicht, dass wir uns immer wieder, irgendwelche Schaukratze, die nebenan gemacht werden, aber die uns nicht betreffen. Wir müssen endlich die Planposition beziehen, dass Berlin nicht einfach machen kann, wie es will, sondern dass hier der superäne Volk ist. Und jeder weiß, wenn es wirklich nach uns geht, dann müssten die uns dienen. Denn genau das sagen sie, wenn sie ihren eigenen...